Ich challenge dich zu einem 1 gegen 1 Battle, was du auf jeden Fall verlieren wirst. Diese Stadt ist zu klein für uns beide. Es kann nur einen Gewinner geben. Bist du bereit? Die Frage, mein Freund, ist, bist du bereit? Auf jeden Fall. Möge der Bessere gewinnen. Oh, okay. Oh, Vitamine? Was war das denn für ein Kampf? Denn heute betteln wir uns mal hier zusammen mit den krassesten Fähigkeiten, die wir haben gegen andere Spieler. Es wird also super spannend. Und am Ende kann es nur einen geben, der mit den besseren und krasseren Superfähigkeiten. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Saitama Battlegrounds. Und dieses Spiel hier, Freunde, wurde für eine kurze Zeit gelöscht. Und nun ist es endlich wieder back. Und endlich können wir uns die Köpfe einschauen. Oder? Alter, Alter, Joke. Wurde deinen Kopf eingeschlagen? Joke, ja, ja. Oh mein Gott. Freunde, ich habe nichts zu brauchen. Alter, ich kann nichts mehr tun. Die anderen haben super... Okay, okay, wir verbinden uns, okay? Wir verbinden uns erstmal. Okay, ich würde sagen, gegen ihn. Er hat die krasseren Fähigkeiten. Und... Oh mein Gott. Okay. Ich glaube... Oh mein Gott. Sehr, sehr gut. Warte, jetzt, 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 jetzt. Und... Let's go. Und... Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Freunde, wir haben hier vier Fähigkeiten. Oh mein Gott. Wir haben einmal so einen normalen Schlag, den wir benutzen können. Alles klar. Bam. Okay, das ist unser normaler Schlag. Dann haben wir... Was ist das hier? Äh, noch... Wow. Joke, was hast du denn da für Feuerhände? Oh, sorry, sorry, sorry. Oh. Okay, ey, hau den weg, bitte. Alter, ich weiß gar nicht, was abgeht. Oh, Alter, ich bin gegrillt. Hab ich ihn? Oh nein. Ich habe ihn auch ein bisschen... Ah, nee, das bist du gewesen. Und hier unten haben wir einen normalen Anlauf und... Oh mein Gott. Junge. Junge, Junge, Junge. Und wir können hier, glaube ich, sogar wegdashen oder sowas, ne? Ja, ja, wir können uns so, ähm, verteidigen. Okay, ich wurde auch besiegt. Da, da ist er. Okay, dann würde ich sagen, was ist das hier? Wow, wow, wow. Junge, wir werden nur weggefetzt von jedem, ey. Ja, das stimmt allerdings. Und, äh, oh mein Gott. Sorry, das wollte ich nicht, ey. Das war der falsche, glaube ich. Weißt du, weißt du, was ich das Gefühl habe? Der hat uns jetzt voll auf den Kicker, ne? Ja, das könnte natürlich sein. Aber, Freund, ich glaube, es gibt sogar noch eine Ulti, oder? Ja, aber dafür musst du unten den Rage-Mode voll machen. Oh ja, okay, ihr seht es. Das ist die Rage-Leiste unten. Ja, aber die sagen wieder, ey, ich, eine zur Hilfe. Und, komm schon. Bäm, ich hab ihn, ich hab ihn besiegt. Oh, hätte ich mehr viel Leben? Nein, hätte ich mehr viel Leben. Oh mein Gott, er hätte nur noch rotes Leben. Okay, Freunde, normaler Schub wird aktiviert. Bäm, und zack, komm schon. Ey, ich hab ihn schon wieder alleine. Wieder, wieder. Junge, du darfst dich nicht mit dir anmachen lassen. Oh Gott. Oh nein. Hilfe, wow. Junge, jetzt so eine Feuerattacke oder sowas. Okay, warte mal, wo bist du? Warte mal, ich sehe. Ja, ich bin da, wo die Explosionen sind. Ey, Jenny, komm dir zur Hilfe, okay? Ja, 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 ja. Aua. Bäm! Oh mein Gott. Bäm! Blitzschirm! Ja, oh mein Gott. Er ist besiegt. Haben wir ihn? Wir haben ihn besiegt. Aua, der ist der Nächste direkt. Oh mein Gott. Okay, Vitamin, ich würde sagen, bist du ready für meine Ulti? Ich weiß gar nicht, was meine Ulti kann. Aber ich würde sagen, Freunde, die Ulti wird aktiviert. Oh mein Gott, Alter, was hast du jetzt gemacht? Ich hab so einen Feuerball abgeschlossen. Oh nein, wir haben jetzt zwei neue Fähigkeiten, glaube ich. Oh, wow. Ich glaube, du musst jemanden mit hitten. Ja, ich glaube auch. Ey, Junge, ich krieg nur auf die Nase. Oh mein Gott. Der Todeszähler wird aktiviert. Oh mein Gott. Was passiert? Oh mein Gott. Du machst ihn, glaube ich, mit One-Hit. Und, jo, da kommt eine Faust. Eine Faust kommt, Freunde, von hinten. Und, jo. Alter. Was, wie krass war das? Hast du das gesehen? Ja, du hast ihn zerstört, Mann. Junge, was war das bitte für eine krasse Superfähigkeit, muss ich sagen. Alter. Okay, ich eine zur Hilfe wieder. Ich eine. Junge, Fetti. Ja, chill. Ich hatte hier gerade Probleme. Oh Gott, Junge. Lass meinen Frau... Aua. Okay. Okay, ich glaube... Der macht mich übelst fertig gerade. Nein, Junge. Was hat der gegen dich, ey? Ich glaube, irgendwie... Hast du dir was angetan? Nee. Aua. Aua, aua. Alle werden hier komplett weggesch... Aua. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nein. Ja, ich auch. Ich auch. Aber wir können sogar blocken. Stopp. Ich möchte nicht angegriffen werden. Also darfst du mich nicht angreifen. Hä? Die machen das wirklich? Hä? Ich bin nicht da nie gesetzt werden. Oh, warte. Also ich... Bei dir klappt das nicht so ganz, muss ich sagen. Nee, tatsächlich nicht. Oh, warte, warte. Aber, Freunde, ich glaube, es gibt sogar andere Charaktere, die wir auswählen können, ne? Ja, ganz genau. Was ist das hier? Genau. 1-Wars-1-Spiel-Modus. Okay, trete man diesem 1-Wars-1-Spiel-Modus bei. Okay, okay. Passiert dann was? Oh, Duell-Cue. Ja. Oh, wir sind jetzt in anderen Spielen oder sowas. Oh, ich bin im Mann an spielen. Oh, nee. Ich bin im Weltraum. Okay, ich glaube... Oh, woi. Können wir gegen andere kämpfen? Oh, und akzeptieren. Jetzt kriegst du auf die Nuss. Links, rechts, vorne, hin. Okay, entspann dich. Entspann dich, Kollege. Geht's los? Oh. Bleib mal ganz saftig knapp, ne? Okay, Saitama Battlegrounds. Okay, Vitamine. Ah, wir müssen jetzt einmal einen Charakter wählen, ne? Lass uns mal... Was hat mir gerade eben den Glatzenheld? Ja, ich würde dich nicht machen. Okay, wir wählen den Glatzenheld aus mit einer Glatze. Oh, ja. Muss ich den gleich nehmen? Oh, nee, nee, alles gut. Okay, let's go. Wir dashen uns da vorne. Okay, okay, Vitamine. Come here. Silas da! Yo, Junge, was hast du für eine Superfähigkeit? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich fast ähnliche wie du. Wow. Wow, Junge. Was geht denn jetzt ab? Zündschluss. Attacke. Bam. Okay, das ist unsere Dark-Up-Attacke oder irgendwie sowas. Dann was ist das hier? Normaler Schub. Oh, oh, oh. Nimm das hier! Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Was? Hab ich dich nicht getroffen? Nee, anscheinend nicht. Ja, alles klar. Normaler, was ist das hier? Wow, wow. Let's go. Du warst übelst gut damaged. Ja, ja, ja. Aua! Friss das! Ey, warte mal. Ich kann doch normal schlagen. Guck mal. Aua, aua. Hä? Junge, das ist ja übelst unfair. Ich kann gar nichts machen. Hä? Echt nicht? Schlag einfach nur normal. Hä? Womit schlägst du denn? Ich, 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 äh. Ey, du hast gesagt, dann ist Pause. Dann darf man nicht angreifen. Ja, okay, okay. Stopp. Spielpause. Frieden ist immer besser. Misamide? Ja? Komm hier! Oh, oh, oh. Okay, beruhig dich. Das war nur ein Spaß. Ey, das nimmst du hier zurück, Mann. Du hast hier wieder... Aua! Was ist das denn? Aua, au. Junge. Junge, du hast einen viel krasseren Aging als ich. Oh, Alter. Ich weiß gar nicht, welche... Ja, du hast so heftige Fähigkeiten, die du benutzt kannst. Ey, aua. Oh, das sah cool. Normaler Lauf und... Bäm. Junge, du verlierst so wenig Leben, aber, ne? Ja, aber trotzdem hast du mich schon gut getroffen. Bäm. Friss das. Jo, Alter. Friss das wieder, Bridi. Blitzschuss. Oh, oh, okay. Ich glaube, ich glaube, gegen deinen, äh, Feuer, äh, Superkraft, äh, habe ich keine Chance, ey. Junge, du fliegst hier auf die Iron Man rum. Was geht mal, Bro? Aua. Heiß, 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 heiß. Okay, Freunde, vielleicht ist der Charakter doch ein bisschen zu gut. Aber ist mir auch egal, Mann. Okay, okay, okay. Oh, nein, nein. Okay. Vitermine, bitte. Wenn du noch ein bisschen, äh, Mitleid mit mir hast. Bitte, tu mir nichts an. Sicher? Okay, ich lass dich in... Komm her, ich mach dich fertig. Okay, warte mal, ich mach dich fertig, Mann. Wer, Junge, wo bist du? Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Okay. Rest in Rio. Rio? Ja, ich, ich, ich glaube, das war... Ey, Mann, ich bin wieder back. Was geht ab? Du kannst übrigens jetzt einen anderen Charakter auswählen, ne? Oben. Nö. Nö? Nö. Freunde, wir wählen als nächstes Mal den Heldenjäger aus. Und, Senti, was hast du nun für Fähigkeiten? Oh, 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 oh. Yo. Du hast doch gefragt. Fließendes Wasser. Oh, ich hab jetzt so einen Wasseragent. Dann hab ich hier... Oh, was ist das denn? Wirbelsturm oder so. Wow, okay, hab ich dich getroffen. Und... Jägerangriff. Oh, Junge, ich schleudere mich zurück. Junge, Alter, reiß dich vor ein bisschen zusammen. Okay, friss fließendes Wasser. Oh, mein Gott, Junge. Okay. Oh, ja, leg dich nicht mit uns ein. Wieder ein Minus, du hast mich verkloppt, Junge. Sorry. Leg dich nicht mit uns ein. Ey. Ja, Mann, ich... Sorry. Junge, du hast ein Agent nicht unter Kontrolle mit deinen Feuerfähigkeiten. Okay. Hau du drauf jetzt. Ja, ja, ja. Wir sind jetzt Feuer und Wasser. Feuer und... Aua. Aua. Oh, ja. Oh, fließendes Wasser. Bäh. Boah, ist so cool. Zack. Das kann nicht sein, dass der uns angreift, Tetti. Na, auf gar keinen Fall. Wir benutzen jetzt hier diesen... Wow, diesen Wirbelsturm oder irgendwie sowas. Ich will den auch mal benutzen. Und Jägerangriff. Oh, wow, oh. Hast du sehr gut gemacht, Tetti. Bleib wieder mal an. Ja, chill. Chill, mein Junge. Ich muss hier meine Fähigkeit müssen laden. Und... Wow, oh. Okay, ich glaube, ihm geht es nicht so gut. Ja, ja, kein Problem, dass du mich mit einer riesengroßen Feuerkugel angreifst, Junge. Bäm. Attacke. Aua. Wow. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Tetti, ich habe... Oh, mein Gott. Ich bin... Ich bin Bein. Ich bin Bein geworden. Hast du ihn benutzt? Äh, ja. Also, soll ich die mal machen? Ich habe jetzt auch spezielle Fähigkeiten gerade. Ja, warte, 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 warte. Ich weiß halt nicht, äh, was das passiert, ne? Warte. Soll ich die gegen dich machen oder jemand anderes? Wow. Oh, mein Gott. Jemand hat seine Ulti gezündet in der Mitte. Oh, ho, ho, ho. Oh, mein Gott, Alter. Alles wurde zerstört. Tetti, soll ich das gegen dich machen oder jemand anderes? Ja, komm, zeig dir, was du drauf hast mit deiner Ulti. Oh, oh, oh. Oh, oh, okay, 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 ja, ich warte, ich habe hier ein kleines, klitzelkleines Problemchen hier. Alter, meine Ultis funktionieren nicht, hä? Ah, du musst die aktivieren und hast unten neue Fähigkeiten. Ja, toll. Ja, hatte ich. Jetzt bin ich, wow, jetzt bin ich weg. Ach, hier sehen sie einen Loser. Toll. Ich habe ihn gleich besiegt und bam, Junge, wir schleifen ihn. Okay. Ich habe ihn richtig fertig gemacht. Bam. Und nochmal nachdrehen. Junge, das ist so cool, ey, die Kämpfe. Das macht so viel Spaß hier mit den krassen Schwierigkeiten hier anzugreifen. Oh, okay, okay. Easy peasy. Zack, wir weichen ihm aus. Oh, das ist so cool. Wir müssen unbedingt unsere Ulti auch nochmal hier aufladen bei dem Charakter. Ja, oh, das macht echt Bock, Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, meine Ulti ist ready, aber Vitamine weiß es auch nicht. Oh, neue Vitamine, na? Auf ein 4 ist 1 gegen 1. Oh, yeah. Okay, wir benutzen erstmal die normalen Attacken. Bam. Und jetzt würde ich sagen, Vitamine, bist du ready? Jetzt mache ich dich. Wow. Fertig. Bam. Attacke. Du wirst vernichtet. Wow. Junge, ich bekomme langsam Angst vor mir selber. Oh, mein Gott, Freunde, Wasser, das ist so eine krasse Ulti. Aber ich würde sagen, komm, zum Schluss testen wir doch den allerletzten Charakter aus. Junge, ich werde verkloppt. Verkloppt? Lass dich nicht verkloppt, Setti. Niemals. Oh, mein Gott. Guck mal, wir können jetzt alles auf einmal benutzen hier. Oh, das ist so cool. Bam. Oh, alles klar. Ich glaube, oh, ich lebe noch. Wohl, wohl. Ich werde niemals aufgeben. Fängnis von der Beute wird aktiviert. Und, joho, ho. Wie wir die immer so zum Boden stampfen. Und. Ich werde verkloppt. Schaut uns an. Wir haben jetzt, oh, die Superkräfte von dir, Vitamine. Nämlich, oh, diese Feuersuperkräfte. Das ist nice, ne? Ja, ja, ja. Da würde ich sagen, Zündstoß. Bam. Haha. Alter, guck mal hier. Wird aktiviert. Oh, oh, oh. Okay, 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 okay. Und. Wow, wow. Junge, was passiert? Ja, warte mal. Jetzt reicht es mir mit dir. Guck mal, er wird freut. Oh, mein Gott. Hä? Hä? Alter, warum kann ich einfach nichts von dem benutzen? Let's go. Und Z-Dive. Wow. Oh, mein Gott. Damit kann man das hochboosten, ne? Hä? Ich kann einfach keine Ulti von dem benutzen. Das sind echt krasse Fähigkeiten, muss ich sagen. Die wir jetzt hier auch von diesem Charakter haben. Guck mal. Er schaut nur zu. Äh, moin. Alles klar? Willst du Stress? Oh, friss das. Äh. Aua. Man kann einfach keine Ulti von dem benutzen, Sandy. Ja, ich glaube, das ist noch hier so ein früher Zugang, weißt du? Wir haben ihn jetzt mit Robux gekauft, den Charakter. Ja. Aber ich denke mal, Freunde, das sollte genug Action sein. Junge, Junge, Junge. Ich habe überall blaue Flecken und Beulen, ey. Von diesen spannenden und lustigen Kämpfen. Junge. Junge. Du hast es pulverisiert. Du hast es erledigt. Das war dein Ulti. Was? Ja, das war dein Ulti. Sicher? Ja, Junge, ich wurde zu Pulver. Ich wurde komplett schwarz. Aber, Freunde, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit den spannendsten Kämpfen, mit den heftigsten Superkräften und Fähigkeiten, die ihr jemals gesehen habt. Und ich muss sagen, Vitamine, komm her. Der Gewinner ist ja wohl eindeutig. Ja, lass mich in Ruhe. Und damit ich mal sagen, Freunde, das ist ein neuer Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santix-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.